Hallo und herzlich willkommen. Das hat er kaputt oder was? Ich musste, ich hab fast zur Aufnahme gedrückt. Jetzt mach einfach. Er läuft oder läuft nicht? Ja, läuft. Okay, also herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Runde Overwatch. Wieder mit dabei, wir fangen mal an von L nach R, der gute Mene. Hi. Hi. Dann mit dabei Noiz, grüß dich. Äh, Nios, Entschuldigung. 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 Der Noiz macht Nios, Nios macht Noiz, wie auch immer. Und der gute Brilli, wie ihr habt ihn schon gehört im Hintergrund. Und auch wieder mit dabei. Ich sag nur Highlight. Irgendwas ist halt immer, mit irgendwas muss man immer leben, was einem nicht gefällt. In dem Fall, hallo Nios. Hallo. So, und, ja, sonst noch? Ja, wir trinken noch eine. Ja, bevor das nächste Match losgeht. Da kann der Mene wieder ganz viel rausschneiden. Wir feierlichen. Warum eigentlich? Warum eigentlich bist du? Warum? Nee, der ist überhaupt kein Anti-Alkoholiker. Ja, der hat ihn schon so oft lallend in der Ecke liegen sehen. Ach, komm, du. Als Betreiber eines muslimischen YouTube-Kanals, oder wie? Ich hab mich übrigens grad mit Schweinefleisch eingereben. Mit Schweinemann. Du spielst ja auch Roadhog. Ja, ja. Roadhog scheißt gehaktet. Gemischtes aber. Ja, aber mit deutlichem höheren Anteil von Schweinen. Oh, ich hab den Wiese-Skin. Von Vestion. Ja. Wunderbar, der sieht genauso scheiße aus wie Morgenröte, nur in grün. Morgenröte. Das ist wieder, wo man so ein Auto hinterherlaufen muss, ne? Ja. Morgenröte ist bei mir, wenn ich morgens kacken war, ey. Und vorher Mexikaner gesoffen habe. Ah, ist das widerlich, ey, Alter. Und wenn die Hämorrhoiden mal spontan sagen, aufzuhören. So, ja. Ach, der Zielwieder, da nimmt er schon wieder sein Zielwieder. Ja, oder soll ich mal den Torbjörn versuchen? Den hab ich noch nie gespielt. Da bist du auf Verteidigung, ne? Also, so schlecht ist Bession gar nicht. Ja, oder Bession, oder Reinhardt. Ich nehm Bession. Bession ist auf der Map gut, tatsächlich, wenn er mit dem Reinhardt kombiniert wird. Ja. Und sich aufs Auto setzt, nicht? Dabei haben wir keinen Reinhardt haben, ist der Bession einfach ne richtige Fehlwahl. Ach, deine Mutter ist ne Fehlwahl. Ja doch, kann er, aber... Er stellt sich jetzt mal auf die Brücke und guckt, ob er bei einem Treffer landen kann. Ja, aber ich laufe jedes Mal, ich bin so ein Idiot, ich laufe jedes Mal falsch. Ich laufe immer auf das Dach von diesem blöden Deinerhund. Mene, du hast gerade in unseren Gruppenchat High geschrieben. Du musst einmal Tab drücken. Endlich scheißt er mal mich deswegen nicht an. Rot ist alle und... Ich kann's doch so machen, oder? Ja. So, der rosa Bession steht in Position. Hi, this is Roadhog. Der Ich-31 rennt ganz schön weit sinnlos vor, kann das sein. Ja, der ist ja auch Ich-31. 5, 4, 3, 2, 2, 1. Fuck, ma's Purm. Ja, mein, gute Klaue. Ja, mein, doch geht's los. Und da war es... Aber das ist gut, was er gemacht hat, so sehe ich das hier. Ah, das war kein Hochspot. Fuck! Wie wir wieder Double-Kill hier, oder was? Triple-Kill. Ja, ja. Kannst ja mal bedanken bei der Vorarbeit von mir. Ja, aber... Wer hat mich jetzt da getötet? Ja, jetzt... Scheiß sagen, wenn du stirbst, Brilli. Ich stand nämlich hinter dir um die Ecke und hab mich drauf verlassen, dass du gleich einen ziehst. Dass er einen durchzieht, wahrscheinlich. Ja. Ja, ich hatte ja... Alter, was geht'n mit den Leuten? Die sind krass, ey. War das ein geiler Hook, oder was? Keine Ahnung. Hat den keiner gesehen? Waren das nur Gegner? Äh... Leute, die mich nicht kennen, meine ich natürlich. Ja, wie kann die einen mit einem Schuss erledigen? Lächerlich. Boah, war ich grad geil, ey. Boah, hinter mir... Ah, dammit. Da ist so ein Roadhog im Indianermantel. Hä? Ich dachte, dass das hier einer ist. Leute! Tötet den! Der muss down. Da kommt McCree um die Ecke. Yo, der macht Ulti, Achtung! Naja. Was da umsonst. Die Stunde hat geschlafen. Ja, du blöde Sau! Der rennt hier hinterher. Komm weiter, weiter, weiter. Ich fiel mich jetzt und töte ihn. Fuck! Schade. Wenn du den erwischt hättest, hätt man ihn gekillt. Oben? Oben kommt einer. Bist du auch? Durch den Tunnel oben. Du kleiner Pisser. Er hat da gewartet. Verdammt. McCree hier! McCree tot! Komm, jetzt wär ich um die Ecke. Ja, der Roadhog ist bei uns am Wagen. Ich huck den jetzt. Roadhog tot. Nice. Ah Leute, jetzt spielen wir doch ganz gut gerade hier. Oben ist Fahrer. Fahrer? Killstreak zehn Spieler. Wow. Was für ein Boardwitz. Bäm, Junge! Bäm, bäm, bäm! Oben, das macht so'n Ding. Ach scheiße, das war zu viel, ey. Killstreak neun Spieler, oder was? Ecke, Killstreak zehn Spieler, jawoll. Ecke, Berliner Scheißidier. Ja man, Alter, warten, Alter. Warten ist denn dein Problem, Alter, oder wie, oder wat, Alter? Hast du keine Freunde, oder wat? Nee. Musst du blöde labern, oder wat? Deswegen hab ich auch so viele Abonnenten, weil ich keine Freunde habe. Ja, genau. Das sind meine einzigen Freunde. Ah, und die gucken nix. Nee. Das sind alles Liken. Nina Shira. 13 Spieler, sag ich mal. Alter. Was denn? Was war es? Da sterbe ich gleich. Von lauter Scham. Hier oben ist ein blöder Ninja Penner. Ninja Moroq oder was? Der geht mir so oben! Wo ist der? Jetzt reicht's. Ich hab ihn einfach noch getötet gehabt. Übrigens ist Nashira einfach nur ein Name von, ich glaub irgendeiner Anime-Tussi. Es gibt keinerlei Verbindung zu irgendjemandem anders. Ich mein, diese Anime-Tussi. Echt? Ja, ja. Ich verstehe. Nashira halt. Frotziera oder wie auch immer man sich noch nennen. Ist das Manga oder ist das dann schon eher was anderes? Ja, ich weiß es gar nicht genau. Warum nennt man das dann anders? Keine Ahnung. So Tentakel ist auf jeden Fall ne Figur, die ich nicht so gerne mag. Ok. Krass ey, bleib ich hier nicht. Die ist in meiner Verbindung mit irgendeiner Figur, die so Ebbe machen kann. Ach shit, der Roadhog hat mich. Komm jetzt rauf da, das bin die jetzt nicht noch. Oder beziehungsweise den Punkt kriegen die nicht mehr. Nee, kriegen sie auch nicht. Denn ich bin da, Roadhog. Ja, das ist ja das, ne? No, what I'm saying. Jetzt ist down. Bäm, Leute. So gewinnt man. Jawoll. Bäm, 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 bäm. Ist das Teamplay oder was? Ui bibi, streckt beide Finger nach oben. Ja. Ich war heut kackern. Da siehst du, er hat den nur zwei Sekunden gespielt, hat drei Kills damit gemacht. Man, Highlight das Spiel. Drei? Ich glaube 17. Der Schuss war geil. War Aim, oder? Auf jeden Fall Auto-Aim. Kai, du hast schon gedrückt, bevor du um die Ecke warst. Richtig. Pass auf. Ich habe 71 und ich gebe trotzdem meinen Punkt jetzt in Zwiebelpeter. Ne, den Nios. Bei 21 Eliminierungen kann man das mal machen. Drei Goldmedaillen, oder was? Geil. Ich habe nur eine. Ich habe gar keine in dieser Runde. Nicht mal irgendeine Bronzemedaille? Nee, gar keine Medaille. Nichts. Das ist sehr schwer, nichts zu kriegen. Jetzt mal ganz blöd, gibt es denn eigentlich noch mal ... Gibt es denn noch irgendwas Besseres als Gold? Gold heißt, du bist in der Kategorie gerade Bester in deinem Team. Aber es gibt jetzt nicht, wenn du zum Beispiel keinen ... Na, wenn du nicht stirbst oder so, dann gibt es nicht noch mal irgendwas oder so. Also ist mir nicht passiert. Nee, nee. Was ich weiß, dass es noch gibt, ist MVP. Wenn du ganz lange on fire bist. Ja. Dann bist du der most valuable player. Aller Zeiten. Ever. Zwei Soldier. Bei Soldier, oder was? Keine Kritikmähne, kannst gerne spielen. Nee, ich kann den auch wechseln. Dann nehme ich wieder diesen ... Soll der andere noch wechseln? Diesen IT-Futzy, oder wie der heißt. Nein Mann, der soll der andere wechseln. Du bist schließlich hier ... Höheres Level. Na, AVP, oder wie der heißt. Was? Ach so, du meinst ... DVA. Genau. MFI. MFG. 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 Ja. USB. Ach so, ich muss drücken. Ja, ich habe vergessen zu drücken, Mann. Entschuldigung. Ich bin wieder hier. Warte mal, wo ist denn mein ... V-Mode, hier. 30 Sekunden. Oh, ich geh wieder hier. Was hast du gemacht? Das sieht ja so dumm aus. Hast du doch mit Ducken. Was gibt's denn eigentlich leckeres? Roadkill Burger. Tacko Tornado. Mashed. Taters over salt. Wann geht das denn los hier? Oben hast du den Timer, ja. Ingek. Drei. 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 Da steht ein Mästchen rum. Ob der Brücke zusammen mitm Reinhardt, was sollm wir jetzt tun? Geh mal vor, du machst es. Wir geben auch. Ja. Bist du? Die brauchen einen Fahrrad an Reinhardt oder irgendwas was da himç factors ist. Gibt noch keinen Ausgl hatch. So. Ich habe wenigstens mal schon einen gekillt, ne. Bin zwar auch gestorben, aber ist real. dann rein da jetzt hinter uns ja ist auch hier fast schon heilung ist echt gut junge wir müssen nur der von der brücke dann haben wir das gröbste überstand du warst gerade eben vor mir kann das sein ja auch der besten wo steht er denn da oben ach man wie ich diesen genji hasse echt den hat wirklich das ist so mein absoluter hascharakter gibt es schon wenn eine anal krebs kriegen sollte dann bitte genji ihr müsst immer die mercy killen bei denen seine oder dessen axt ist schon ganz schön die hat schon eine reichweite eine reine mercy ist tot rogo reinhardt ich hasse ihn wirklich ein hat tot Hältst du dich fünf Spieler? Danke, Brilli. Das tut du Freitag. Das sind Clown. Hör doch mal auf zu labern, Alter. Das ist wichtig, dass man sich selber lohnt. Aus den Clown dieser Nazis. Alter, es ist nicht wahr, oder? Der hat noch genau einen halben Punkt. Einen halben Lebenspunkt. Ich hab ihn abgestaucht. Alter. Danke. So, bestell das Torhund, Leute. Jetzt rein hier. Bestell wird wieder erweckt. Von den Nios, ich war genau hinter dir. Ich war genau hinter dir. Aber ich geh. Bestell schon wieder, oder was? Wir haben jetzt zwei Reinhardts, ne? Ah, da ist der Bestell. Ich bin gleich tot. Ach komm, ey. Was für ein Penner bist du, ey? Fuck, liebe Peter. Was willst du denn von mir? Und Spaß, Mann. Sieht doch mal cool. Ja, bei mir auch. So, können wir zusammen gehen? Nios, bin hinter dir. Ich bin hinter euch. Dann wartet da einfach mal. Okay, da steht der Bestell. Geh hoch. Das ist natürlich auch geil, ey, dass ich genau vor dem Materialisiere. Echt lächerlich. Hilfe! Aus dem Reinhardtunnel. Der Reinhardt. Aus dem Gotthard? Der Reinhardt ist aber echt schwer, ey. Wir müssen die Fracht jetzt mal weiterschieben, ne? Push the limit on, Junge. So, die ist tot. Und den Reinhardt. Ist down. Reinhardt down. Ach, komm. Vorsicht, Genji. Da oben steht der Benji. Der Genji. Der Benji. Oh, fuck, stimmt. Bestin steht da oben rum. Scheiße, genau reingelaufen in seinen... Mist, Mist, Mist. Brilli tot, Icke tot. Brilli, ich bin hinter dir. Warte. Oh, der... Boah, du hast dich nicht umbringst. Der Reinhardt ist jetzt auch wieder da. No chance. Pass mal. Boah. Los, wir müssen jetzt zu Fracht. Egal, was es bedeutet. Alle zu Fracht. Wir müssen ja nicht zu Fracht, oder? Kommt ihr? Ja, doch. Bin da. Ich hab Ulti. Boah, bin ich grad geil. Oh, fuck, fuck, fuck. Alter, das gibt's doch nicht. Lauf ich dem genau in seinen blöden... Was denn denn das Ulti denn funktioniert? Ah, okay. Wann sonst? Ein Reinhardt ist down. Weiter Reinhardt passt. Bessi ist down. Lauf ich dem genau rein. Weiter Reinhardt ist down. Oh, da macht der Typ seine Ulti an, ne? Der ist aber auch down. Ich könnte ein Geschwindigkeit... Bessi ist down. Boah, Brilli, wie gehst du ab, ey? Stirr, stirr, stirr. Was? Die Sonne ist verloren. Ja. Ich bin an dem Ding. Ich bin an dem Ding. Ich weiß es nicht. War mir... Zeit abgelaufen oder sowas? Weil du alleine warst? Highlight des Spiels. Wenn ich jetzt wieder im Bild... Ich hab das Ding nicht verlassen. Oh, ich bin wieder im Bild. Mann. Hat er dir aber einen ordentlichen Scheitel gezogen, ey. Alter, ist doch... Zeit ab. Ja, hier, notgedrungen, kriegt Brilli wie jetzt einen. Ey, was für ein lächerlicher Scheiß. Jupp. War neben dem Scheiß-Ding. What, ey? So, ihr Kinder. Das Game verlassen, Match verlassen. Ja, ja. Ja, ja. Du mich auch. So. Also. Dann, äh, ja. Ähm. Spendet für uns. Das hört mich ab. Ich war so geil am Ende. Bitte? Ach, nichts. Moderier ab. Möchtest du noch irgendwas sagen? Okay, anscheinend nicht. Also dann, Kinder. Sag mal tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Winke, winke. Tschau, haut rein. Bis zum dann.